Die Initiative Löhne entlasten, kapitalgerecht besteuern fordert, dass Kapitaleinkommen aus Zinsen, Vermietung oder Dividenden höher besteuert werden als Arbeitseinkommen. Mit den Mehreinnahmen sollen die Steuern bei tiefen und mittleren Einkommen gesenkt oder die soziale Wohlfahrt gestärkt werden. Bundesrat und Parlament lehnen die Initiative ab. Kapital werde bereits heute recht hoch besteuert. Die Initiative schadet der Schweizer Wirtschaft, sie schwäche den Standort Schweiz und vermindere den Anreiz zum Sparen. Worum geht es im Detail? Heute werden grundsätzlich sämtliche Einkünfte wie Löhne, Renten und Kapitaleinkommen besteuert. Einkommensstarke Personen zahlen dabei prozentual mehr als einkommensschwache. So werden Ungleichheiten bei der Verteilung der Einkommen abgeschwächt. Die Umverteilung von Einkommen erfolgt in der Schweiz vor allem über die Sozialleistungen wie die AHV, die IV oder die Arbeitslosenversicherung. Den Initiantinnen und Initianten geht die bestehende Umverteilung jedoch nicht weit genug. Die Vermögensungleichheit nehme seit Jahren zu. Grund dafür seien Kapitaleinkommen, die die Reichsten zum Beispiel durch Gewinne am Aktienmarkt erzielten. Ab einem bestimmten Betrag sollen Kapitaleinkommen bei der Steuerberechnung stärker gewichtet und anderthalbfach gezählt werden. Die Initiantinnen und Initianten schlagen beispielhaft einen Betrag von 100'000 Franken vor. Für eine Person mit 150'000 Franken Kapitaleinkommen würde das bedeuten, 100'000 Franken würden wie bisher versteuert. Die restlichen 50'000 Franken würden mit dem Faktor 1,5 multipliziert. Und es müssten 75'000 Franken versteuert werden. Zusammengerechnet müssten dann also 175'000 Franken versteuert werden. Die zusätzlichen Einnahmen wollen die Initiantinnen und Initianten für Steuerermäßigungen für Personen mit tiefen oder mittleren Einkommen oder für die soziale Wohlfahrt einsetzen. Die Umsetzung der Initiative ist offen. Bei einem Jahr müsste das Parlament verschiedene Punkte klären. Zum Beispiel Ab welchem Betrag gilt die höhere Besteuerung? Wie werden die Mehreinnahmen umverteilt? Oder Was gilt als Kapitaleinkommen? Der Mehrertrag der höheren Besteuerung lässt sich heute also nicht abschätzen. Auch weitere Faktoren könnten den Effekt der Initiative beeinflussen. Zum Beispiel könnten Personen mit hohen Kapitaleinkommen den Wohnsitz verlegen. Falls angespartes Kapital stärker besteuert würde, dürfte sich auch das Sparverhalten ändern. Für das Komitee führt die Initiative zu einer gerechteren Besteuerung. Heute seien Kapitaleinkommen auf verschiedene Arten steuerlich privilegiert. Davon profitierten die reichsten 1%, die mit Geld spekulierten. Dieses Geld fehle in der Realwirtschaft und bei den Löhnen der arbeitenden Bevölkerung, die seit Jahren stagnierten, während Mieten und Krankenkassenprämien weiter stiegen. Mit den zusätzlichen Steuereinnahmen könnten die Steuern für tiefere Einkommensgruppen gesenkt und der Service Public gestärkt werden. Zum Beispiel durch Prämienverbilligungen bei den Krankenkassen oder mehr Geld für Kitas. Die 99%-Initiative sei der erste Schritt zu echter Steuergerechtigkeit. Bundesrat und Parlament lehnen die Initiative ab. Die Einkommen in der Schweiz seien gleichmässiger verteilt als in den meisten OECD-Ländern. Zudem erfolge bereits eine Umverteilung über Steuern und Sozialleistungen. Die Initiative gefährdet zudem die Standortattraktivität der Schweiz und schwäche den Anreiz zu sparen. Der Aufbau von Kapital sei wichtig für Arbeitsplätze und Wohlstand. Im internationalen Vergleich sei die Steuerbelastung auf Kapital schon heute hoch. Die Initiative schaffe Ungerechtigkeiten, indem sie für Kapitaleinkommen eine höhere Besteuerung fordert als für Arbeitseinkommen. Je nach Ausgestaltung könnte die höhere Besteuerung mehr Personen betreffen, als die Initiative vorgibt. Aus diesen Gründen empfehlen Bundesrat und Parlament ein Nein zur Initiative.